Jetzt hat er Angst wegen der Äste. Vorher hat er da gezupft und zupft. Die Äste ruft jetzt da oben, jetzt hat er Angst wegen der Äste. Der ist so gelblich unten. Vorher hat er sich wunderschön ins Bild reit. Placent, suppi, suppi. Toll. Das ist toll aus, das ist toll aus. Staber. Man ist gerade abgeschnittener Schwanz, oben blaugrau, unten weiß mit fein rötlich-brauner Querbänderung. Oben mehr graubraun, weiße Unterseite, dunkelbraun. Gestaber. Das ist doch ein spärber. Ein männlicher spärber. Körgrau, unten weiß mit rötlich-braun. Der zupft und ruft. Guck mal, hier kann ich schon aufhören. Stein remake. Jetzt zusammen da ihr schmerzt. Rötlich um mich. Guck mal, hier. Just maintenance. Ihr garoras bitte Owen mit rötchen. Das Bögel ist ein rohes Fleisch, was ihr kennt, ne? Der hat einen ganz schönen Pferd, daran sieht man es auch ganz wunderbar, schön gestreift. Ah, jetzt ist er davon, ob ich da jetzt hin.